Manchmal fühlen sich alle Tage gleich an. Zu viel Arbeit und zu wenig Zeit für uns selbst. Manchmal rennt die Zeit und das Leben viel zu schnell. Wir müssen uns immer beeilen, um hinterherzukommen und unseren Alltag zu bewältigen. Manchmal sind wir zu gestresst und genervt, um unsere Umgebung wahrzunehmen. Manchmal tun wir einfach das, was wir für richtig und notwendig halten. Manchmal ist das Leben wie eine To-Do-Liste, die wir blind abarbeiten. Jeden Tag. Aber manchmal gibt es einen Moment oder eine Chance, der Routine des Alltags zu entkommen. Und das ist eine Chance, die du nicht verpassen solltest. Und mach dich bereit für etwas Großartiges. Sei im Einklang mit dir selbst. Konzentriere dich und lass einfach los. Sei dankbar für dein Umfeld und schätze es. Mach dich bereit, um deinen Fokus zu finden. Konzentriere dich und triff. Erlebe den Moment bewusst. Komme raus aus dem Stress. Finde ein Gleichgewicht für dein Leben. Konzentriere dich auf deine Ziele. Einfach loslassen und treffen. Nimm dir Zeit mit deinen Freunden und genieße sie. Fokussiert euch gemeinsam. Und das Wichtigste. Habt gemeinsam Spaß. Manchmal gibt es Dinge, die uns das Leben leichter machen. Du musst sie nur finden und entdecken. Finde deinen Ausgleich zum Alltag und erlebe einen tollen Sport. Finde deinen Prager. Und du musst den Aufwärmchen und erlebe einen tollen Sport. Bis zum Abwärmchen. Deine Hölle.